Was war dein besonderer Festmoment? Mein besonderer Festmoment war in der kleinen Pause bei 18 Millionen. Ich habe mir dann so eine kurze Wohnzimmer-Atmosphäre aufgebaut, habe mir Leuten gesagt, so, jetzt kommt mal zur Ruhe. Und die haben mich aber gar nicht reden lassen, weil die so laut applaudiert haben, nicht mehr aufgehört haben. Dann habe ich Gänsehaut bekommen und da ist mir fast eine Träne aus dem Augenblick. Cooler. Dass sowas in der Heimat passiert, wo man aufgewachsen ist, Hammer.